Musik Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Paar The Walking Dead Season 3 The New Frontier oder A New Frontier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, wir sind in den Press Cut angekommen und wie es jetzt hier weitergeht, werdet ihr jetzt auf jeden Fall erleben. Ich möchte jetzt nochmal dran erinnern, stellt auf jeden Fall eure Fragen zu welchen Entscheidungen, die ich getroffen habe bezüglich irgendwelcher wichtigen Antworten zum Beispiel jetzt auch, was den Spielverlauf beeinflusst hat. Und, ja, es sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Wie schon gesagt, ich möchte das Gaming Inside Format auf jeden Fall starten und da brauche ich jede, jede Menge Fragen dazu. Also, wie schon gesagt, schaut es euch an, stellt mir eure Fragen und wir starten jetzt mit dem Part, würde ich jetzt mal sagen. Also. Das ist eigentlich, aus einer alten Airstrip, ich glaube. Die Leute, auf der anderen Seite, sind nicht meine Lieblingsbeizung. Ich bin immer noch nie in und aus, wie ich kann. Ich bin in und aus, wie schnell ich kann. Ich bin nicht genau eine Option diese Zeit, aber... Hey, was ist das Problem? Du hast hier eine Art Geschichte, die ich sollte wissen? Nicht wirklich. Ich weiß, was die Leute sind. Hm. Hey, Hobby. Was ist... Was ist? Also schon mal ein geiler Ort auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist so ein Ort, da kann die Clementine sich immer mal wieder ein bisschen was zusammenholen, Waffen etc. ein bisschen tauschen. Ich finde es eigentlich ganz geil. Und so wie sich das angehört hat, ist sie auch sehr bekannt in diesem Ort. Ich habe in einem Ort wie dieser, seit, du weißt, es ist wie die alten Zeiten. Da hat sich nichts aufgebaut. Okay, ähm, ja, dann probieren wir es halt mal, ne? Gut. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass in A New Frontier das dann so wird, dass Zombies praktisch Nebensache werden. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Schauen wir einfach mal. Oh, du wieder. Du hast ein paar Geräte, ich gebe dir das. Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? Ich weiß nicht. Vielleicht. Garcia. Javier Garcia. Aber was es wert ist, ich denke, dass du auf die Gäbenschein getötet hast. Ein Lifetime-Band. Shit. Shoulder hatte eine 20-jährige Karriere. Die Art ich sehe, nichts falsch mit bettet auf dich zu gewinnen. Und das hat eine Lifetime-Band? Ich wollte nur einen Beispiel setzen. Ich war der poor Böse, die sie es tun tun tun. All ich weiß, ist was ich in den Büchern. Anyway, ich bin Count Rad. Das hier ist Francine. Er ist der Ort? Ich nehme seine Geld. Ja, vielleicht bin ich nur zu lassen. Oh, eigentlich. If you're the gambling type, games, poker. Five-card stud. Erraten. Was denkst du? Should ich call? Oder should ich fold? Hmm. Don't get too intimidated. Ich lose mehr oft als ich will, als ich zu sagen. Though all es braucht ist eine gute Hand. Er ist bluffing. Er hat bullshit writtenen all over ihm. Ist das ein Fakt? All right. Ich denke, ich werde den Mann hören. Call. Moment of truth. Flip'em. Oh my. Ain't that a pretty sight. Oh, hell yeah. Nice. Oh, calm down. Both of you. Thanks for the advice. How's about a drink? On my tab. Alter, sie hatte zwei Asse. Ja, und zwei Achter, glaube ich. Warse. Aber, naja. Wow, this smells like Turpentine. Turpentine. That's the weak stuff. What? Don't take away from me. I'm talking to you. Oh, shit. Hey, what's the point in talking when I already told you a deal is a deal and it's done? What's going on? This guy ripped me off. I traded him a crate of perfectly good batteries and he gave me a box of bullets that won't fire. He could have gotten both of us killed. Oh, yeah? And who the fuck are you? A bodyguard or something? Because I don't scare easy, all right? And I don't respond to threats, neither. She doesn't need a bodyguard. She could take care of herself. Believe me. Ah, well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey, Clint, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. I could have died because of his bullets. I'm fucking believable. Look out. Okay, nice one. Hey, listen. Let's all cool down, huh? You were acting crazy. I was, too. We just... Yeah, so good. That's all. Just give me what I'm owed. Jesus. You gotta get her under control, man. This ain't no way to do business. Boy, you have it wrong, buddy. I don't control her. Which looks like bad news for you. We had a deal. All right, hey, okay. All right, so, hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Oh. Oh, no. Oh, no. Drop the gun. Right now. Say he attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you. Eli attacked him. I only shot because... Shut it. You've done enough talking. Did he die? Drop it. There's a herd out there and you're firing off a fucking... Shh. What the fuck happened here? He attacked Javi, okay? It was self-defense. Enough from you. Does she really have to shoot? Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun, and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under lock and key until I figure out what to do with it. Whoa. Oh, hey, what? Are you for real? As real as it gets you. Now move it. Got something nerve coming in and fucking up my bar. Okay, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Fuck. Alter. I'd have to punch your fucking lights out. Both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Hey. Thanks for having my back at the hangar. That was, um, that was cool of you. I wasn't sure there for a minute. I wasn't sure there for a minute. Of course. Of course. Anytime. I mean, you and I are a team now. Thanks. I mean it. Hmm. Just, don't think this makes us friends or anything. Hello? You guys are some dust. I'm Eleanor. I'm what passes for a doctor around here. The trip sort of overdoes it sometimes. I hate that I'm treating you in a cage. Like you're some feral animal. Javier. Pleasure's all mine. Is it now? Now. Let's see about that wound. Yeah, he got you good. Try to hold still. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? As if good looks people have bad behavior or something. I've never understood it. I'll stop giving you a hard time. Yeah, so is it. People are saying she killed a man in cold blood. If you don't mind me asking. What did happen exactly? That they were arguing and that she went crazy over nothing? Look, things got out of hand. Clementine was only trying to make a point, but then... You make it sound so casual. Best thing is probably for you two to leave town. And get back to your group. We were attacked earlier this evening. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's... If there's anything I can do to help. Not that I have much to offer you, but... I know a thing or two about losing family. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been... Pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Just about. All right. Here's what we're gonna do. I'm driving you to that junkyard myself. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms, and on my timeline. You got me? Nah, no way. I need to get back on the road ASAP. Javier, I'm not negotiating here. Trip, it doesn't seem right to wait. Javi's people, they can need a medic. Nah, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Hm. Look, maybe there's another way. We've got a rear gate, down to the other end of the airfield. We don't use it much, but... Well, we could leave tonight. Slip past the herd. Will the jumpstart and reach you in that junkyard? If your family does need help, I'll be right there to give it. What? Seriously? I mean, you'd do that for me. It's just... It's the right thing to do. Anyway, think about it. I've got to check on some patients, but... I'll be back in an hour. You know? I never would have guessed she had it in her. Yeah. She's... She's something. The thing is, is... And maybe this sounds weird, but I still trust Tripp more than I trust her. Es hat jetzt die Frage, wenn ich jetzt in der Situation wie er wäre, würde ich auf jeden Fall heute nachgehen. We're leaving tonight with Elinor. If it gets us there, even a minute sooner, it's worth it. All right. I'm in. You know, when I met you, I thought you'd just be another asshole like everyone else. And to think that when we first met, you nearly blew my head off. Yeah. Guess I made the right call. Oh, kommt jetzt ein Rückblick, ja? It kind of hurts. I'm sorry. I know it sucks. I haven't been sleeping well lately. I've noticed. So many people died here. So many ghosts. Sometimes they're all I think about. Especially during the night. Ghosts don't scare me. They don't have teeth. Or guns. Yeah, I guess. Hey, look, Goofball. It's you. Alvin Goofball Jr. Can you say Goofball? You know, he does need a middle name. His parents, they never got a chance. You think? Go on. Pick one. No time like the present. How about Lee? He would have loved this little guy. I was just thinking Jamie was pretty cool. For a boy or a girl. Jamie, that was your sister. Yeah. I used to think that if I was ever picking out names, I'd... Anyway, the deal was ink first, then a perimeter sweep. But I just checked it a few days ago. We're on our own here, Clem. And after that asshole family we let in, made off with half our food, we can't take any more chances. It won't take long. You worry way too much. Worry keeps you fed, Clementine. So get to it. I want you to be prepared. For anything. I know. I'm going to go take a little nap. I'm, uh... Not feeling that great. It's been changed. But there are also been about one or two years. It's been past. Jane? If you're not feeling well, I can bring you something. Oh no. Ach du Scheiße. Ich meine, hört ihr das? Ich glaube... Sie hat sich umgebracht. Oh my God! Ja. Ich hab mir schon was gedacht. Why? Unruh. Nein! Schwanger! Von wem denn? Oh God! Leute, ich hab's gewusst, wäre ich doch bloß bei Candy geblieben. Der hätte so eine Scheiße niemals gemacht. Ich meine, der war zwar ein bisschen irre, aber hey, bei dem hätten wir wenigstens bleiben können. Ach, verdammte Kacke. Mann, jetzt bringt die sich da um. Das gibt's doch nicht. Oh, shit. Ich meine, man muss sich mal in die Lage von der Clementine versetzen. Jeder hat sie allein gelassen. Und jetzt schon wieder. Oh, shit. Was ist eigentlich mit ihm passiert? Hat sie vielleicht doch noch eine Gruppe? Muss sie ihn wiederfinden? Keine Ahnung. I don't have any plan. Und ich merk grad, wenn der Ladebalken da ist, dann... Druck jetzt ein bisschen, aber ich hoffe, das gibt sich irgendwann. Mal gucken. CPO-Dasslastung ist ja gar nicht so hoch. Werden's auf jeden Fall sehen. Es lädt jetzt schon mal ganz schön lange. Alter, Vater. Oh, es geht weiter. Oh, okay. Die Flucht haben wir jetzt so gar nicht mitbekommen. Oh, nichts. Er will mich ein bisschen schreien. Chip und ich... Wir sind irgendwie ein Ding. Das war für etwa fünf Minuten. Und es fisselt schnell. Aber er hat nie wirklich überrascht. Aber nicht, dass er es weirrt hat oder irgendwas. Ich weiß nur, dass er mich überrascht hat. Der Tripp ist okay. Es scheint, dass er ein gutes Herz hat. Er hat ja auch. Er hat es. Es hat einfach... Es hat einfach... Es hat nicht funktioniert. Leute, das ist das Ort. Da ist was passiert. Ich glaub... Ich glaub, die sind abgehauen und wir müssen sie jetzt wiederfinden in der Episode. Also, das wäre auf jeden Fall jetzt das, was ich erwarten würde. Oh, holy shit. Jesus. Diese ganzen blutigen Fußabdrücke. Kate ist gut in der Krise. Oh, noin. Der Kassettenspieler. Und dann nehmen wir halt mal erst den Hammer. Und jetzt nehmen wir uns den Kassettenspieler. Mariana ist Kassettenspieler. Mariana? Mariana? Mariana, sind Sie hier? Javi! Oh, mein Gott. Du bist sicher. Ich kann nicht glauben. Du sagst mir, woher zu hide. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Block dich in und nicht rauskommen. Nicht einmal als es kassettenspieler. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Wagen ist zerstört. Das war's. Nein. Nein, sie haben sie gesehen wie das. Dann haben sie gesehen wie das. Dann haben sie zu irgendeinem anderen zu hide. Kate. They're trapped in there! Mariana, stay back! Wait! Nobody shoots! He's right! If we fire at the truck, we might hit them. Okay, die Party beginnt No way Yeah, well, it's kind of my thing I wanted to come after you I swear I did You don't have to snot all over my shirt about it I thought we were dead Like, never gonna see you again dead We only had a couple bullets left I thought we were done for You're still alive, aren't you? So is Kate, so is Mari That's all that matters I was just so scared I'm here now You don't have to be scared Hey, you hurt yourself You must have scraped it in the truck Didn't even notice Hey, at least it's not a bite Eleanor, think you can take a look? It's okay I'm a doctor I'll clean it here, then patch you up back home See? Better already We should be getting back Don't want to push her luck Who's the kid with the gun? She have a name you want to share with us? She saved my life Pulled this crazy stunt Let me get the upper hand on the asshole Who took me away from you guys Her name's Clementine Hi there Glad I was able to help Well, we're very grateful to you Really? There's a town nearby It's safe I like the sound of that Oh, God Geil Wir haben uns alle wieder gefunden Das ist schön Oh, my God Havi Do they have hot water? Even like Luke warm water would be okay Oh, and the bubble bath Wouldn't bubble bath be amazing? I'm sure they do I'm gonna stay until my fingers get all pruny You look happy I am Search and rescue missions don't usually end so well Alive and healthy Sort of incredible I guess I'm a lucky guy The luckiest Ja Das war das, was sie haben wollte When we get back to Prescott You still owe me a working ride I haven't forgotten about our deal You couldn't have known, what happened to your van But still I need some way out of here Don't worry I haven't forgotten our arrangement I know it's not the easiest thing to find But cool Cool No Das ist nicht euer scheißernst Leute, ich weiß nicht, was hier passiert Alter Schwede, ich bin gerade sowas von aufgelöst Und ich muss euch jetzt leider sagen Ich beende an dieser Stelle diesen Part Ich werde auf jeden Fall noch weitermachen Ihr werdet es auch miterleben, wie es weitergeht Ähm Oh, ich bin gerade total Das ist das, was diese Spiele ausmacht von Telltale Du bist so emotional dabei Ich finde das so mega krass, Alter Und wie schon gesagt Ob wir es schaffen, da wieder Leben draus zu kommen Ob vielleicht noch jemand sterben muss Wir werden es auf jeden Fall erleben Meine Entscheidung, wie immer Unten in die Kommentare Begründen, wie auch immer Vielleicht habt ihr andere Entscheidungen Wie würdet ihr das machen? Oder stellt mir Fragen, wie Ich mich bei sowas verhalten würde Ich habe ja auch Kinderfrau und so Wie würde ich dann praktisch hier in Deutschland vorgehen Um meine Familie zu beschützen Aber wie schon gesagt Unten rein in die Kommentare Für die, die neu sind Hier unten meine Fratz irgendwo Oder da drüben Müsst ihr mal gucken Für die, die nichts drüber verpassen wollen Und ja, eine Bewertung Würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen Und wie schon gesagt See you next time Euer Avenger Haut rein Bis dahin Servus, alter Schwede Bis dahin Bis dahin